Manchmal glauben wir alles gesehen zu haben, wir denken die Möglichkeiten sind unbegrenzt und wir entscheiden uns weiterzugehen. Jeder Schritt beginnt immer mit einer Veränderung, wir planen eine Reise, wir reisen. Eine neue und faszinierende Welt entfaltet sich vor uns und verändert das was wir glauben erschaffen zu haben. Es verpflichtet uns alles neu zu betrachten, um die Unschuld wieder zu erlangen. Wir entdecken Millionen von Farben, Geschmacksrichtungen, Texturen und Aromen. Eine verborgene mysteriose Welt, die für immer unsere Wahrnehmung des Bläden verändert. Legendäre und großartige Zivilisationen haben auf der Erde ihre unausflächlichen Spuren der Götter hinterlassen. Hier lernen wir neue und einzigartige Sinneswahrnehmungen kennen. Wir messen uns an uns selbst und fordern uns bis an unser Limit. Dieses mystische Land ist heute eine große und ausstrebende Nation und eine erwachsene Weltwirtschaft. Wir befahren die Meere, liegen in ruhigen Himmeln, durchqueren Dschungel, furchtbare Täler, ewige Wüsten und überqueren schneebedeckte Gipfel. Wir beachten die perfekte Verbindung der Welt mit den unzähligen Möglichkeiten der Technik und den angewandten Technologien. Wir genießen alles, was die Erde uns zu bieten hat. Explosionen des Lebens und der Farben kann man überall entdecken. Peru Ein Land, das für jeden etwas zu bieten hat. 4 5 6 6